Grüße, kann ich schon wirklich sein, oder? Hallo, Leute! Da ist St. Kirgerin, Salzburger Land. Hier ist es wirklich sehenswert. Und ich schlage euch vor, mindestens mal hier zu besuchen. Hier ist wunderschön. Wow! Wow, die Ente sind auch hungrig wie ich. Oh mein, Mausebär. Seid ihr hungrig? Wie ein Bär, oder was? Unglaublich, bitte sehr. Oh, mal, 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 komm, komm. Komm, hier unten, unten. Schau unten, unten. Was sagst du? Willst du meinen Äschen? Willst du meinen Äschen? Willst du meinen Äschen? Äschen, oder wo ist? Ja, komm. Ich muss kurz aufs Klo. Ich hab zehn Leute gefragt. Niemand weiß, wo Klo ist. Ich brauche wirklich, ich trinke deinen Klo. Wo ist denn? Ich weiß es nicht, wo ist der Klo? Wohin muss ich gehen? Ich weiß es nicht. Wir sind im Hauptbahnhof Salzburg. Jetzt sind wir in Salzburg-Hartbahnhof. Wir müssen jetzt mit dem Bus 150 nach Badischel fahren. Wir müssen jetzt mit dem Bus 150 nach Badischel fahren. Wir müssen jetzt mit dem Bus 1, 2, 3, 9-5-4-3-4-5-3-5-4-4-4-5-5-4-1-4-5-5-5-4-5-5-5-6-5-5-6-5-5-5-6-5-7-5-5-5-6-5-6-5-6-5-5-2-6-6-5-6-5-5-6-6-6-7-5-6-17-8-8-6-7-7-8-6-5-5-6-5-7-6-6-5-6-7-6-7-6. Musik Wir sind jetzt in Sandgilken angekommen, in der Station Holweger musst ihr aussteigen und gehen wir weiter. Und ja, nehmen wir ein paar Videos auf unserem Weg für euch auf. Hallo ihr Lieben. Wir sind heute ein sehr schöner Platz und ein guter Platz. Ja, ein bisschen bin ich. Sie ist ein bisschen klein und ich bin ein bisschen groß, aber wir bemühen uns unsere Beste zu geben. Ja, ne? Ja, ein guter Platz. Wir gehen wieder ganz kurz und kommen wieder zurück. Durchskemmen. Tschüss. Musik 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 Das ist sehr schön. Sehr schön. Ein schöner, sehr guter Bialonist. Ich weiß es nicht, wie er spielt, aber ich vermüße, er kann schon wirklich sein gut spielen. Bialon besser. Wir sind ganz in der Nähe des See und hier ist ein schöner Wolfgang See, es ist wirklich unglaublich schön, unglaublich. Hey Lisibas, hey. Very beautiful, nice place. Da ist Sankirgen in Salzburger Land. Es ist wirklich sehenswert und ich schlage euch vor, mindestens mal hier zu besuchen. Ja, es ist wirklich schön. Musik Alles, wie geht's dir? Ja, mir geht's bestens. O ist Lion. O ist bestens. Sehr gut. Danke. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Eine sehr gute Freundin hat mir ein pelzisches Kuckuck, sogenannten pelzisches Kuckuck, gekocht. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir sind wirklich sehr gut. Lass dir es schmecken. Wow die Ente auch sind hungrig wie ich. Oh mein Mausiebär, seid ihr hungrig? Wie ein Bär oder was? Unglaublich, bitte sehr. Oh mein Mausiebär, komm, 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 hier unten, unten, ja unten, unten. Was sagst du? Willst du mal essen? Willst du mal essen? Willst du mal essen? Essen, oder wo ist? Ja, komm. Die Ente fürchten sich leider vor dem Hund, ne? Deswegen, die sind schon geflüchtet. Oh mein, 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 du bist aber süß. Du bist aber lieb. Oh nein, bitte. Wo warst du denn bis jetzt? Warum hab ich dich noch nicht gesehen? Wo warst du? Jetzt, jetzt, äh. Konzentriert sich auf die Ente. Unglaublich. Das gibt's hier nicht. Wack, 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 wack. Aber jetzt hat er Angst vor dem Wasser. Ach so. Ja, ich bin mir so zufrieden. Wie heißt das? Balu. 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 Ja, das ist Balu. Have a day, Balu, hallo. Have a day. Ja, wir waren in Wien und sind ja nur heute hier gekommen, genau. Ja, hier. Aber wir kommen ursprünglich aus dem Iran aus Persien. Ich komme aus Rumänien auch. Ja. Aus Persien, ich habe schon eine Familienfreunde vor 30 Jahre hier gehabt. Hussein war. Ah, die, 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 die haben ihn in Salzburg, Salzburg landgelegt? Er hat gewohnt hier und dann nach 10 Jahre ist nach Amerika, äh, eingewandert. Ach so, ja. Es war eine gute Familie. Die Frau war Frauenherzten und ja, mit Kindern. Wir haben gut verstanden. Super. Ah, super. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Ja, Gott sei Dank, dass sie eine gute Erinnerung mit einer Pälserin haben. Ja, wirklich. Also sie hat so viel gekocht von eurer guten Küche und so. Ja, ja. Also kochen in unserer Kultur ist sehr, sehr wichtig. Wir waren grillen und alles. Ja. Unheimlich wichtig, wirklich, in unserer Kultur. Ja, ja. Und der Reis, wie hat der Reis gekocht so, 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 so mit einem, ähm, Küchentuch so? Ja, ja, stimmt. Genau. Wow, so gut. Und dann haben wir mal grillen. Also wir, wir kochen erstmal, also zum Ersten, zuerst kochen wir ungefähr 20 Minuten, je nachdem wie viel Wasser in der Topf ist. Ja. Damit, damit alle Wasser weg ist. Ja, ja. Und dann kommt ein Deckel mit einem Tuch drauf. Ja, genau. Ungefähr 20 Minuten, ungefähr, ja? Oder? Ungefähr 20 Minuten muss eine Deckel mitnehmen. Ja. 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 So gut und so etwas Brötchen, ach so gut. Ja. Heute ist das. Heute ist das. Heute ist das. Und mit Walnuss haben wir ein Essen, das heißt Fessenjun mit Walnuss. Das ist Essen. Das kenne ich nicht. Ja, das heißt Fessenjun. Und? Oh. Und jetzt Walnuss mit Zimt. Ja. Das ist Walnuss. Zimt ist auch drin. Komm bitte her. Nicht so schnell. Tschüss. Ciao. 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 Ohne Scheiss. Wo ist denn? Ich weiss jetzt nicht, wo ist der Club? Wohin muss ich gehen? Ich weiss es nicht. Sehr gut. Weiss. Ich weiss jetzt mal. Das ist auch schon. Ich weiss. Musik Musik